Moment, da will ich zieh was. Du bist nicht draußen. Deine Zeile ist nur ein bisschen größer. Kapiert? Robert! Ich kann Ihnen eine Art ausliefern. Der vertraut mir. Wo warst du denn die letzten, was? Zwei, drei Jahre? Zwei Jahre. Äh, ich war auf Bali. Ehrlich? Du warst damals so plötzlich verschwunden? Richtig auch. Das muss doch Liebe sein, oder? Wovon redest du? Was habt ihr gemacht? Ich hab niemanden. Niemand nicht. Niemand. Ich hab nur dich. Bei Tag, bei Nacht und immerzu. Komm, was ich mir wünsche, bist du. Du bist doch. Ich hab nur dich. Oh, Gott. Du bist doch auch. Ich hab nur dich. Vielen Dank.